Hallihallo Hallöchen wieder in die Runde. Der Kai ist schon bei mir. Alle anderen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Wir gehen heute in die Winter-Chanarus rein. Jedenfalls erstmal starten wir hier und gucken einfach mal. Winter is coming. Wie es wird. Wir sind ja beim letzten Mal auch noch hier gestorben auf dem Surfer. Gottes Willen war das ätzend zum Schluss. Kai ist ja auch schon in meiner Nähe hier. Also wir uns trennen nur 1,8 Kilometer aktuell. Deswegen würde ich mal direkt rein. Lurken hier ins Game und feuerfrei. Na ich such schon mal was zu essen zusammen. Das ist sehr vorbildlich Kai. Das machst du sehr sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall was für eine Erkältung. Ich bin die ganze Zeit am Niesen. Ja, wir werden wahrscheinlich auch bald, weil wir ja nichts haben. Sobald wir was finden, können wir dir natürlich gerne was abgeben. Überhaupt gar kein Problem. Zur Not F11. F11 mache ich eigentlich eigentlich... Ernsthaft? Wo? Läuft direkt. Wie läuft direkt? Was heißt denn hier? Ja, das kommt jetzt zu dir auf. Siehst du es rechts von uns? Ich bin gerade blind irgendwie. Hast du es markiert mit T? Ach da! Meine Güte. Soll ich schie... Warte, warte. Ich schieße es. Sehr gut. Was hast denn du? Hast schon mal die große Knarre hier. Ich habe es aber getroffen. Es hat gezockt. Aber da muss irgendwas hier oben im Wald sein. Da unten hat es ja geschossen. Wer weiß, wie weit das gelaufen ist. Willst du es aufschneiden? Dann checke ich mal den Deerstem zu lange. Brauche ich nicht checken. Ist noch ein Wuton. Handschuhe. Ja, Sekunde, dann mache ich das. Warte, ich kann Handschuhe machen. Ja, ich auch. Ich bin gerade dabei, mir welche zu basteln. Ich habe es getroffen. Aber leider ist natürlich ein Repetierer nicht so effizient. Brauchen wir nicht drüber reden. Also... Was ist denn das? Hast du die CR gefunden, ey? Ja, die habe ich vor uns gefunden. Sogar mit Magazin. So. Hier drinnen, hier in dem Wald vor uns, gibt es eine einzelne Hütte. Vielleicht sollten wir die nehmen. Ja. Dann Feuer machen. Da vorne ist das Haus, was ich meine. Bärben. Moinsen. Vielen Dank. Erstmal mal kurz den Happen hier. Was der Scheiß erstmal in Ordnung ist. So, dann haben wir die Bratpfanne. Mit der kriegt man natürlich auch. Da müssen wir aber aufpassen in der Bratpfanne. Wenn es zu lange drinnen liegt, verbrennt es. Achso, geht das hier nicht? Die kann ich hier irgendwo drauf packen, oder? Da geht die Bratpfanne drauf. Können wir ja nämlich, glaube ich, alle mit einmal machen. Fett haben wir auch noch. Aber macht das Sinn? Sollte ich vielleicht lieber ein Fett rein? Ich meine, ich weiß, dass es inzwischen auch ohne ein Fett geht. Nies mir doch mal ins Genick. So, wer kann anmachen? Ich. Habt ihr was hingelegt, Sodi? Du hast mir was hingelegt, was hast du mir... Au, au, ja, war Feini. Kann ich ja die AK, äh, kann ich ja die Dings hier weghauen, also... Sieben Schuss. Ja, mehr hab ich ohne. Ich würd grad sagen, willst du mich über verarschen, oder was? Nein, trotzdem, danke. Sieben Schuss, dann lass noch mal auf Semi. Schieß mal einzeln die sieben Schuss. Hm. Das war Gegner, oder? Ja, in meine Richtung, so wie es klingt. Er ist da oben irgendwo, auf den Felsen irgendwo da... Äh, nicht auf den Felsen, da hinten irgendwo, keine Ahnung, irgendwo dort, glaube ich, oder? Ich seh ihn noch nicht. Ich bin tot. Okay, dann lass uns ihn schnappen. Kai? Ja? Mitgekriegt, gucke wo Firefighters Position ist. Ja, der rennt zur Leiche. Mach's nicht. Nein. Hab ich. Ich schieß drauf. Hast du Dings? Nee, ich abgeh's, go. Dann versuch weiter zu feuern, dass der sich nicht konzentrieren kann. Ich versuche ranzukommen. Ich brauche aber Ablenkung. Ich schieß auf mich, oder? Nee, er hat auf mich. Mir ist schnell. Das Peitsch ist bei mir vorbei. Schieß nochmal drauf. Der ist bei ihm. Ich muss ihn anladen. Ich muss ihn anladen. Doch. Doch. Wo ist er denn? Der war doch gerade noch da, oder habe ich den getroffen. ich habe ihn oh der hatte sogar eine waffe mit scope der hätte uns alle drei haben können tuntra der kleine schlingel der so übernehmen und hier ist noch ein scope für dich wie praktisch hat sich gelohnt der hat auch medizin das ist schön ak-munition auch noch mal so nimmt ihr was du gebrauchen kannst ich gehe mal ich lass mal meine scheiße ich bin ohnmächtig rennen rennen renn weg renn weg renn weg ich bin ohnmächtig das ist meine chance vielleicht irgendwas hat aus der entfernung auf mich geschossen keine ahnung ich bin ich bin hart getroffen ich werde vielleicht sterben es wird auf mich geschossen ich auch nicht das ist schall gedämpft ich komme pass auf ich bleibe hier an der ecke mein kreuz bringt es muss von weiter her sein es muss von weiter her sein ach scheiße ich muss mich verarzten ich höre nur den schuss ankommen das heißt er schießt aus einer höheren distanz so erst mal danke für den hockey danke für den prime sub schießt da oben was auf dich dann muss es wieder weiter unten sein ich kann mich nicht weit bewegen das kommt ja aus dem dorf von krimauten drüben von dem hügel drüben noch einen erwischt ich bin jetzt langsam unterwegs sehe da oben halt auch nicht ne das ist genau das kann schon sein dass der hinter der kurbe sitzt ich riskiere es kommt scheiß drauf ich meine sterben halt ich habe so die hoffnung dass die fenster in der richtigen richtung sind dann kann ich von dem oberen geschoss aus vielleicht ein bisschen spotten oh quini das ist so gemein und unangenehm ich höre das fiepen sogar bis 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 bei mir her bis zu dir nach hause ja das dieses fiepen von der blendgranate durchsetze durch ich bin jetzt nicht gesagt ob das so oder so stirbst scheißig da oben ist er ich sehen da war an meiner leise ich glaube ich glaube sein kumpel hat es überlebt ich bin mir nicht ganz sicher ich weiß nicht habt ihr gesehen hat hatten wir als der umgefallen ist leute hatte habt ihr gesehen ob der zu sehen war noch die leiche also umgefallen war ja sein kumpel ist da hinten rennt durchs unterholz da ich habe gerade gesehen dann habe ich leider nur ohnmächtig geschossen aber der schon wieder bei vollem bewusstsein dann wissen wir ein bisschen ich weiß nicht ob sie gepeilt haben wo der schuss her kam also von der lautstärke sicherlich schon aus welcher richtung ob sie mich gesehen haben glaube ich fast nicht und wer macht denn der wenn ich hier bei mir ich habe ich habe kontakt bei mir die kommen rein stürmen mich die raschen mich und einer hat mich von außen weggenommen also ich habe ja noch einen gekriegt und der andere hat mich von außen weggenommen dann naja dann ist es so naja dann ist es so